Eeehoh, Poledos, und damit willkommen zu einem weiteren Fortnite-Guide. Wie auch schon in den letzten zwei Wochen gibt es auch diese Woche wieder einen geheimen Battle-Stern im Ladebildschirm. Den Blockbuster-Ladebildschirm bekommt ihr, wenn ihr die wöchentlichen Herausforderungen komplett abgeschlossen habt. Da es aber einen Bug gab, äh, gestern, und man diesen Replay nicht ganz angucken konnte, gibt es jetzt eine neue Challenge quasi, nämlich fünf Spieler wieder zu beleben. Ich hab grad einen Bug, wo ich nicht runterscrollen kann, sorry. Ähm, wie auch immer. Aber den Ladebildschirm hab ich trotzdem bekommen, auch wenn ich jetzt theoretisch nicht die wöchentlichen Herausforderungen abgeschlossen hab, weil ich sie ja schon gestern hatte. Ähm, trotz des Bugs hat's irgendwie bei mir gezählt irgendwann mal. Und, äh, ja, ich hab den Ladebildschirm, und wenn ihr den habt, dann bekommt ihr auf jeden Fall auch den Stern. Also ihr müsst den Ladebildschirm haben, damit dieser Stern bei euch auftaucht. Und interessanterweise ist der Battle-Stern hier nicht vollsteckt beim Gefängnis, wo ich erstmal gedacht hab, weil es da so prominent draufleuchtet beim Gefängnis, vom Omega-Skin. Denn, nein, er ist im Südwesten von Fatal Fields, falls ihr da genau hinguckt, gibt's bei diesem Hügel, wo ich gleich landen werde, eine Silhouette eines Battle-Stands, die ist wirklich krass versteckt, da muss man wirklich genau hingucken. Könnt ihr euch ja da mal ergeben, falls ihr den auch habt und den in Großauflösung sehen wollt, beziehungsweise im Thumbnail könnt ihr es vielleicht sogar noch besser sehen. Und, ja, ich würd sagen, ich flieg da hin und wir gucken uns an, wo der ganz genau ist, damit ihr auch Bescheid wisst. Tatsächlich hier auf dem südwestlichen Hügel von Fatal Fields befindet sich dann unten der Battle-Stern. Und wie ihr sehen könnt, auch wenn ich jetzt theoretisch nicht mal die komplette Woche erfüllt hab, taucht er auf. Er taucht auch wirklich nur auf, falls ihr die wöchentlichen Challenges komplett gemacht habt, oder eben dank dem Bug jetzt eine weniger, aber auch nur, weil ich den Ladebildschirm ja dann vorher schon hatte. In dem Sinne, Potatoes, das war's diese Woche zum Geheim-Battle-Stern. Macht's gut und best dahin. Ciao.